Damit muss man rechnen, sage ich mal, dass so was passieren kann. Was ich aber wirklich widerwärtig finde, ist, dass es hier Schaulustige gab, die beim Eintreffen der Polizei und Feuerwehr die Feuerwehrleute angepöbelt haben und sinngemäß zum Ausdruck gebracht haben, dass man es doch gar nicht löschen sollte, sondern runterbrennen lassen sollte und das ist mit widerwärtig nur höchst unzureichend umschrieben. Ich habe ja immer angekündigt, dass es mit mir keine Politik gegen Flüchtlinge geben wird und habe aber gleichzeitig immer betont, dass ich auch eine kritische Begleitung des Prozesses für wichtig erachte. Nur jegliche sachliche Diskussion wird natürlich durch so einen Vorfall, die so es in Brandstiftung sein sollte, natürlich ins Absurde bedreht.